Mit der Aqua XXL und einem Stempfuset kann man ganz schnell einfache Kärtchen machen. Auf die Malpalette habe ich die Aqua XXL zuerst drauf gemalt und nachher kann ich mit dem Wassertank-Bimsel die Farbe auf einem Designkarton-Weiss übertragen. Kurz ein wenig abgetrocknen und dann habe ich hier mit dem Stempfuset Knall vergnügt und einem Inkpatch schwarz kurz eine schöne Dekoration drauf gestempelt. In einer Kürze haben wir hier wunderschöne Kärtchen gemacht.